heute ist der tcw2 repainter heute nicht heute aber wir haben ja die 100 ausgeknackt wie sie wie man doch merkt ja hier bin ich ich sollte mich jetzt zeigen die phase ein ich hoffe dass wir so weiter kommen unser nächstes abonnenten ziel ist jetzt erst mal 150 und ja ich würde sagen bleibt gesund heute kommt heute abend um 16 und 30 kommt ein stream bleibt da heute und bleibt gesund